also wie du das mach also ich bin wirklich nur wo muss ich jetzt hin zum glück mit neuer muss hier die flaschen glaube oder so ja stimmt da haben wir redet ja ja wer stand knagelt wie ich immer genagelt werde genau wenn es nackt das ist deins da vorne da kann ich wieder was werfen aber wenn wir beide sterben aber ich springe ja doppelsprung wahrscheinlich diese nägel sind voll nein du musst einfach doppelsprung machen mit einem nein mit einem sprung schaff es nicht drüber irgendwie was gibt es hier aber ich kann ja noch ich komme nach jetzt diese nägel sind irgendwie die bringen mich richtig aus dem rhythmus ich könnte aber einfach darüber springen oder ja meine sense ist bisschen oh shit ja im schrumm richtiger import oh shit oh ja nagel flies kaps oh shit nein oh oh money oh oh hat ihn getriggert ich bin da ein boss cool cool also jetzt muss ich den sicher nageln oh shit oh shit Oh shit. Das ist so und so. Und jetzt. Au. Oh shit. ja wir haben aber risch gewaltig schreibt ja du blöde zippel alle richtig gehämmert worden die makita bombaschine ja ich glaube dann wird es das ende nagel an jetzt schönes ding und noch mal nagel ich hätte es noch geschafft ja wir müssen uns wengele konzentrieren also meine muss jetzt kommt die bombaschine wieder oh nein mit der lochkreiswege an der markita bombaschine das war doch die scheisse schon wieder falsches bildschirm geschaut das podest dreht sich auch noch darum jetzt waren die main dran jetzt mein dran jawohl beruhigt jawohl barney ja ich muss dich aber ein bisschen auffordern hier oder was der ist noch nicht mal dran oh mein gott jetzt sind wir aber dran wahrscheinlich schon ja war richtig matrix ich bin so krass ja übelst also oh jetzt hier komm fahrne ich dann raus ein 3 jetzt muss ich aber zuerst da hoch holen ja du hast nicht matter äh hamonen so schon wieder verhalten jetzt hamonen ich werde einfach mal sterben oh gott Ja, warum guck ich denn auf dein Bild? Oh, jetzt rauf, 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 rauf. Äh, ganz schnell. Ist halt Zeitlupe, ich dachte nicht, was? Haben wir zweimal gesprungen? Komm, da warte ich aber ein bisschen mehr Leistung von dir, ey. Es ist Zeitlupe, dass du... Ja, du siehst es ja eigentlich. Kannst gar nicht schneller schiessen. Oh Gott, jetzt wird es einmal kleiner hier. Also das Spiel ist ab sechs Jahren, jeder kann das. Ist es ab sechs Jahren? Keine Ahnung. Na gut, die Kids sind eh viel besser als wir alten. Nee. Meinst du nicht? Oh, shit! So reflexe-technisch und so. Ja. Nein, aber nicht neu startet, oder? Okay, nur diese Etappe. Zweite Phase. Ja, am besten einfach so ausweichen, glaube ich. Jetzt... Kann... So schnell kannst du es ja nicht haben, Mann, oder? Geht's los. Ja, ich kann... Du schaffst nur zwei, ist das okay. Nein, Mann, du bist so langsam. Aha, genau. Du musst schneller drücken. Ja, ja. Ja, ja. Wenn du das sagst. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du bleibst, oder was? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jetzt kommt, äh, kommt eh gleich wieder. So, komm jetzt. Nein, nein, jetzt müssen wir nochmal. So war es hier, oder? Ja, richtig ausgetrickst, das Spiel. Ja, ha, 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 ha. Aber... Verpist dich, geh nicht immer auf mich! Ach, ich glaub, es wechselt immer auf! Achtung! Oh mein Gott! Rauf jetzt! Ach, komm! Jetzt sind wir am Arsch. Ja, ich wusste nur, was man kann sagen. Na gut, wahrscheinlich muss ich jetzt einmal klatschen und nachher... Oh, oh! Nein! Dich schon wieder, buddy! Dich schon wieder im wichtigsten Moment! Dich im wichtigsten Moment, man! Ich glaube, jetzt einfach mal stehen. Hey, get me back up there! Go, Seckel! Yeah, you did it! Wie wenn das nur... Gut, er fällt runter, da rum vielleicht. Oh, oh! Oh, oh! Hey, look at that! Oh, wow! Happy Family! Yeah! I'm so ready for this! It tickles! It tickles! Ha! There you go! Yeah, up 6, yeah! Hahaha! Woohoo! I feel brand new! Look at me! I'm whole! I'm whole! You saved us from that rust and toolbox! Thank you, Mei! You are a true hero! Oh, thank you, Hammer! Hey, what about me? Huh? I was part of this too, where's my hero love? Did you see that explosion? Anyway, we still have to get to Rose. Oh, of course, of course! Sebastian! Can you help him out? They have to get to the other side! Wow! Flexible! Step on board! Really? Okay, you sure? Come on, it's safe! Okay, ooh! This doesn't feel safe, I'm not sure. Just relax! Okay. Don't worry, he's very precise! Sebastian, sling it! Oh, no! She's leaving! Rose, wait! We need your help! It's us! Mom and Dad! Don't close the door! No, 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 no! Help us out! Rose! Oh, you stupid buck! Oh, you've locked us in, you idiot! Now we're stuck in here! Stuckness is a mental construct. If you stare at the closed door, you will miss! The one that's open! Okay, FYI, there is only one door in this shed. And one window. Good thinking, Mei! Woo! Let's go to the window! The fuck is out of his mind, okay? Können wir kurz eine Pause machen, Barney? Oh, shit! Ja! Alles gut! Äh... Okay. Ich würde kurz mal schmücken gehen. Ja, das machst du! Na, da bist ich gleich wieder da! Äh, bis gleich, Chat! Kurze Pause! Ja? Ja, Barney, hallo, was geht? Hm? Boah, ist heute... Heute gutes Wetter, ey! Huh! Ja, darum war ja auch Laufen! Ah, ja! Mein Tag ist heute nur zu Hause! Ah, du bist schon losgegrindet hier! Ja, ja! 10 Minuten weiter! Ouuui! Oh, war klar! Ohuuui... Wie? Eigentlich ganz einfach. Ja, ich habe äh... Sorry. Blöd, ich hab das... Ne, nein! ich meine ich nicht ich habe aus Versehen Blödsinn gemacht oh nein Tony Hawk's Pro Skater ich muss eigentlich nur Leertaste drücken achso mehr nicht er bleibt auf der Bahn jetzt müssen wir jemand muss hier hoch ja und ich dann da hoch aber muss muss ich glaube das könnte gerade passen ja also Profis Wahnsinns Typen ich habe F gedrückt anstatt E ja ich frage mich schon was die für ein Haus haben ja gut wir sind ja nur Miniatur ja ja aber 800 Lüfter und äh äh what the fuck ah in hier oh shit boah jetzt habe ich gerade gedacht äh ahja was eben äh äh oh ja äh 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 oh i look dead am i dead you're not dead oh what what's going on oh no what's the matter with us hmm all i know all i know is that rose sat down there with her dolls and then you two came alive just like that you didn't see anything else well there was well there was one unusual thing why what happened she was crying oh i know quite unusual for rose but i am a hundred percent sure because i could see her tears falling onto the dolls tears falling onto the dolls oh wait a minute i know what happened it's a spell ridiculous cody we've got to apply logic may okay we are having a conversation with a pair of binoculars are you serious there is no logic in that for goodness sake i don't even believe in spells okay well did you believe that you could be turned into a wooden doll huh exactly it had to be the tears it was a spell i am telling you so if it is a spell how do we break it okay i got this yeah me and rose we read all about this spell stuff i am a virtual wizard right now okay just give me some space i need the thing okay so if the spell was cast through her tears then in order to break it oh in order to break it we have to reverse it through her tears boom right okay we basically have to find her and make her cry on us again really? mhm okay fine okay do you know where to find her, miss binoculars? she's in her room go on okay okay tarnethan moinsen linewrecks and fight moinsen witzwoch ist gerade nicht easy righty mal gucken wir könnten ihr ja so nen nagel ins gesicht werfen das ist dann wahr du hast keine liebe mehr jaja watch you're never gonna make that jump watch me haaah Hat geklappt, Ani, war gut. Ich seh gar krank. Kann das sein, dass die Synchronstimme von ihr so ein Spice-Girl ist? Nee, das ist Lara Love. Was ist die? Ja, ich weiss. Oh, der Boden ist ein bisschen kaputt bei mir. Ist doch 100%ig wie. Weiss ich nicht, kann sein, ja. Oh! Im Zweifelsfall ist es immer Lara Love. Lass dir eins sagen, nach vielen Jahren Twitch ist es immer Lara. In welchem Spiel war sie denn die Synchronstimme? Keine Ahnung. Oh. What the fuck? Nein! Wieso muss ich eine gewisse Zeit? Oh! Äh, Joseph Balderama und dann May ist Annabelle Daula. Okay. Ja. Na ja, ist ja fast Lara Love. Ich, I, I don't see a way to get to Rose's Room yet. Let's get higher! Woohoohoo! Bouncy! Woohoo! 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 I'm a superhero! Was ist nicht wohin, aber egal! Uh, you're a clayman with a rope. What the fuck? Nein! Woohoo! Ich bin, glaube ich, wieder unten, oder? Ah, nein, das... So. Super gemacht. Scheisse, ich bin wieder runtergewollt. Super gemacht. Arnie, super. Hast du gesehen, wohin? Ja, hab ich. Mann! Hey, 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 hey! Hier ist jetzt ein Kinderspiel und ich krieg es nicht hin! Hä, wir gehen doch wieder zurück? Nein, du gehst wieder zurück, Barni. Nein, ich geh jetzt hoch wieder. Nein, du gehst zurück. Nein, ich komme hoch zu dir. Komm runter bitte. Oh Gott. Ich bin runtergefallen vorher. Wir müssen wieder nur auf dich warten. Ja, beruhige dich. Ich muss zuerst mal... ...trifft das Fenster. Ansonsten bist du kein Epic-Gamer. Fuck! Ja, der hat nicht so viel krank. Richtig verhungert. Voll süß, ey! Ja, vielleicht gibt es jemanden drin, die können uns helfen. Wirklich? Oh, oh, oh! Was machst du? Wir wissen nicht was drin ist. Komm schon, es ist ein Schuss für die Haus. Ja, aber was ist es nicht? Was ist... Wer hat dich gebracht? Niemand! Wir kommen in Frieden. Wir versuchen zu kommen. Die Haus? Was ist dein Geschäft da? Ja, wir haben nicht Zeit für das. Ist das ein Schuss oder nicht? Nie, an dich kommt aus dem Nichts, oder was? Oh, das ist eine schlechte Idee. Nicht hilfreich. Komm schon, helf mir zu schrauben. Es ist zu schwer. Warum ist das Schraub? Well, zumindest können wir es durchführen. Oh, das ist toll, Mei. Wir sind in der Prisik, aber die Sicht ist fantastisch. Dad? Dad, ich muss euch sagen, was wichtig ist. Hast du gehört von diesem Buch? Von Dr. Hakim. Er sagt, dass es wichtig ist, sich zu vergeben. Weil dann kannst du wieder Freunde werden. Wenn du willst, kannst du das Buch kaufen. Richtig dickes Kabel da. Okay. Du bist beschäftigt. Drei Versteckdose. Ja. Ist extra abgesichert. Erstmal Bettung mischen im Schlafzimmer. Hast du doch keinen in deinem Schlafzimmer, oder was? Nee, 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 nee. Cody, bist du okay? Ja. Aber ein Kompresso dafür. Ja, fürs Mikrofon, oder was? Ja, ja. Ja, was ich dachte. Was? Die Waspen? Nicht spielen, Damm. Hat sie dich hierhergebracht, um uns zu töten? Was? Töten dich? Nein. Wir arbeiten nicht mit irgendwelchen Waspen. Wir sehen uns, Sajjuron. Mach einen Schlafzimmer. Du hast es, Herr Schlafzimmer. Oh, oh, geh weg, geh weg, geh weg. Das ist grad ein bisschen aggressiv. Es sieht nicht aus, wie sie auf dem Waspen-Team sind. Und warum sterben sie nicht? Vielleicht haben sie super-Präume. Was, wenn sie uns helfen können? Wir finden uns. Abort. Oh, you okay? Ja, you? Ja, das war so. Das war terrible. Horrendous. Oh. Hey, hey, komm hier. Hey, hey, hey there, Mr., Mr. Big Squirrel. So, you want to get to the house? Yes. We can get you there. Really? You, that's very, um, kind. On one condition. What do you mean? Follow me. Follow me. Richtig wie Snake. Come on, Cody. I don't want to go. Wow. They must be real hoarders. Hey, mate, that's our remote control. They stole it. They're sneaky rodents. Look, our family photos. What could they want with those? I don't know. We look good. Hey, that's my underwear. Hardly a loss. You used to love that underwear. Used to. The wasps have invaded our tree, wiped out most of our tribe. You two must kill them. What? We can't kill those crazy creatures, you nuts. No, no offense. Don't worry. You'll just survive too. Against a whole swarm of them, surely we'll die. That's why you're going to need these. My latest in cyber hasten of technology, the tree sap, have shaggy 57. Combined with a drill buzzer X-200. Yeah. Boom. Ah. There's one more thing. We sent in an undercover agent who could operate our queen robots. It's James Bond. The wasps believed the robot was their real queen. But instead of wiping out the wasps, our agent was seduced by its power and switched sides. So, kill the wasps and the agent and the robot will help you get to the house. Understood? Ah, yeah, sure. But isn't there a more civilized way that we can... Woo! Yeah, good, okay. Ha, ha, ha. Yeah? Come on, Jago. I really don't want to have to kill giant wasps. Well, you wouldn't have to if you'd cleaned out the hive. What? What hive? Remember? In the real world? In our tree? I asked you so many times and you promised to get rid of it. Yeah, yeah, fine, fine. But we wouldn't even be here if you hadn't knocked on the squirrel's door. Well, at least they're going to lead us to the house. What are you kidding me? You believe that? I don't trust those squirrels, they stole my underwear. Oh, believe me, that was a blessing. Oh, really? Well, at least my underwear is now a sophisticated part of a flying machine. Oh, I sincerely doubt it can fly. Of course you do. You know what? I can't wait to get back to my real body, so that we can get divorced. Oh, me too. Oh, it works. Hey, what now? I guess it's time to kill some wasps. What? Alone? Don't worry, we've got weapons. What do you mean these homemade squirrel DIY drill buzzer capshanky things? You saw how powerful they are. Let's drill buzz. Was sind denn Hapscheiken? Ich habe noch nie gehört.